Man United, wir waren Fans. Als wir dann im Hotel wieder waren, nach dem Spiel, after the game, we went in the hotel and they came to me and said, they were very, die waren sehr mitfühlend und auch angenehm und sehr fair. Und auch das habe ich noch in Erinnerung, weil das ein unglaubliches Publikum ist, dieses englische Publikum. Auch als wir im Old Trefford gespielt haben, haben sehr gut gespielt. Auch die Zuschauer, du bekommst Applaus. Als Auswärtsmannschaft bekommst du Applaus. Das ist wie es in England ist. Das ist sehr respektvoll, in der meisten Pläne. Aber das wird nie in Deutschland passieren. Aber ich habe gesagt, ich glaube, wir sind in der Olympiastadion. Wir haben 2-2 da auch. Und ein sehr guter Spiel, ein sehr entertaininges Spiel. Und ich erinnere mich auch, dass wir in Dortmund waren, in zwei Jahren, glaube ich, bevor. Ja, Dortmund ist auch special. Dortmund war unglaublich. Ich meine, sie haben gewonnen, 1-0. Aber trotzdem, die Respekt für unsere Team war unglaublich. Ich weiß nicht, was ich sagen. Die big, big stand behind the goal. Es wird anders für dich, natürlich, weil du da kamen mit Bayern München. Aber wenn du da kamen mit Manchester United da kamen, war es komplett anders. Und wir haben, in meine 8 Jahre, in meine 8 Jahre in Manchester United, haben wir nie gespielt für nichts mehr als ein Full House. Ich habe nie gespielt für Manchester United mit empty seats. Und du kannst nicht wirklich sehen, dass du das, wenn du spielst, wo du viele empty seats bekommst. Aber sogar zu Dortmund, es war sehr impressionant. Weil das goal ist unglaublich. Ich denke, es hat sich gemacht, für viele andere klubben. Ich weiß, Bromby, die Danish team, ich supporte. Sie haben dort in Dortmund, 15 Jahre, ich denke. Und ihre Fans haben eine Lehre von ihnen gemacht. Wenn du jetzt nach Bromby gehst, das ist das, was es ist. Und ich irgendwie ein bisschen mit den deutschen Fans. Denn die deutschen Fans sind jetzt wie die englisch Fans waren, in der Art von der Atmosphäre. Ich bin sehr, sehr, sehr impressed mit den deutschen Fans. Aber es geht nicht um die, es geht nicht um die Atmosphäre. Sondern, wenn du mit Bayern München spielst. Komm, du wirst alles gewinnen. Komm, sie haben dich für das. Gib ihnen eine Chance. Ja, wenn du in einer Stavien kommst, sie haben dich. Und das ist normal. Aber sie haben dich nicht wirklich wirklich nicht wirklich weil sie sich für deine Autografie fragen. Nach dem Spiel. Ja, aber das ist normal. Noch ein Jahr, aber das ist gleich nicht auch total Elmiyorum. Das ist ein Jahr, aber natürlich kein Thema, aber dieses Haus derletzkölle. Untertitelung des ZDF, 2020